Grüß euch! Wir kommen zum zweiten Online-Training und zwar ist wieder der Schwerpunkt der Block, bzw. die Blocks. Wir machen hier die Basistechniken wie der Arimaki, der Montungan-Maki, der Olgul-Maki oben und noch Backup-Maki. Und wenn das jetzt ausgeht, zeige ich noch, was es noch für Blocks geht, weil es gibt natürlich viele Blocks und je nach dem, nach Gürtelgrad, je nach Erfahrung etc. macht man die Blocks dann auch mehr und sie können auch manchmal in der Pumse vor. Aber wir fangen ganz vorne an. Die Basis ist überall wichtig, egal ob schwarz, weiß, gelb oder braun Gurt. Die Basis ist immer wichtiger als das Fundament und erst dann kann man aufbauen und ruhig schliefen. Okay? Wir machen heute eigentlich nur Blocks, das heißt, dass wir mehr oder weniger nur oben warm machen. Recht zügig, weil viel braucht es hier von unten. Jetzt lange, wenn die Schultern warm sind, und ein bisschen der Rücken noch und ganz leicht die Hüfte, das war's schon. Okay? Hätte ich gesagt, fangen wir an. Übrigens, diese Fußstellung beim Chat, das Chariot, heißt MOA SOGI. Okay? Für alle das nicht wissen, MOA SOGI. Okay? Und los! Hüpfel machen. Pops! Einfach ein bisschen hüpfeln, dass wir mal den Kreislauf ein bisschen in den Wung bringen. Ich schätze, das Training wird etwa 20 bis 30 Minuten lang brauchen. Ihr könnt ein bisschen die Hüfte ein drehen. Genau. Schön ein drehen. Das machen wir weiter mit dem Hampelmann. Und los! Und wenn wir mögen, könnt ihr den Heben zählen. Hüpfel! Zählen! Ne! Den Dreher machen wir. Andere Richtung. Jawohl! Die beiden machen weiter. Das machen wir mit der Füße. Vor und zurück. Und die Arme gehen mit. Tja! Jawohl! Jürgen, Schwinga! Schütteln, nach den Armen kreisen, vorwärts, unterheben und mitzielen. Und rückwärts, schön groß kreisen. Genau, gut, wer kann, gegengleich. Und wechseln. Jawohl. Und dann machen wir die Hände in die Hüfte und gross Schulter kreisen. Und vorwärts, schön kreisen. Vorwärts, vorwärts. Wissen wir noch? Handflächen nach oben, wir gehen auf die Zebespitze und zurück. Zurück, Handflächen nach unten, Ellenbogen zurück. Und zurück, auch ganz wichtig, gehörig, Schulterblätter sind wir pressen. Okay? Fangen wir an. Rollen. 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 Jawohl. Und locker. Locker. Jawohl. Kurz noch die Ellenbogen noch. Jawohl. Ellenbogen kreisen. Noch kurz die Handgelenke noch. Jawohl. Hände in die Hüfte. Und wir kreisen noch einmal links und rechts. Mit. Zettel. Und. Hala. Fünf. Zettel. Nenn. Da. Gös. Hinten. 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 Ich sehe es. Da war es doch noch schön. Set. Wer weiß nicht, wie die Fusstellung heißt. Moas Rucki. Okay. Tja. 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 Was? Grundlegend. Blocks. Könnt ihr euch merken, am Block wird immer rausgekommen. Egal wie das nicht. An Anmaki, an Montum Anmaki oder mal zum Beispiel. An so einer Maki, gell. Einmal. Das ist immer von außen, von innen, gell. Niemals von innen nach Hause zu. Das ist vielleicht ein Schläger. Zum Beispiel gibts so. Tumzumuk. Obel. Ab. Schick. Tumzumuk. Olgul. Ab. Schick. Der geht so, gell. Das ist ein Aktischweiß. Und bei der Sahan, hole der innen. Gell. Andere Box zum Beispiel. Hole jetzt von außen, gell. Das weiß ich, gell. Und von außen. Das ist nur grundlegend. Weil Olgul machte. Olgul vor außen. Oh. Das liegt nicht. Nicht so rollen. Das ist nur ein Weg. Und dann auszuhallen. Okay. Fangen wir an. Basis Nummer eins. Arimaki. Arimaki. Das ist der Block. Gell. Wenn wir in ein Restaurant gehen. Wir bauen zum Beispiel die Macki aus dem Essen. Da ist der Block. Und darum Tief Block. Arimaki. Und hier geht's. Und jetzt. Ihr seht, wir gehen alle in die Chuchu-Chuchu-Zurgi. Okay, hier ist er. Und den gehen wir. Weiß weg. Und beide hin. Und zurück. Bereit? Auf Kommando. Jawohl, haben wir weiter, Ademaki. Ihr kennt es eh schon, wir halten hier grundlegend Vorderhubber aus, d.h. die Handinnenfläche liegt zu meinem Gesicht her, zu der Backe her. Nicht so, sondern so. Schön drehen. Und dann geht der Arm den geredigen Weg ein. Und zwar ist auf dem Taekwondo typisch, dass jeder Block, jeder Schlag immer mit einer Drehung zu tun hat. Bei dem Faust zum Beispiel, halte ich so aus, mache so, halte es so aus und drehe meine Hand aus. Bei einem Block, zum Beispiel, an einem Anamaki, ich halte es so und meine Hand dreht sich, weil wenn es nicht dreht, das so blockieren. Weil, da haben wir nicht. Blocks, Schläge, immer mit einer Drehung dabei. Und darum, so anfangen, Schlüsselbein und Backe. Und dann gehen wir ein, bis wir durchgestreckt sind. Und zwar nicht so schräg, sondern wie die Schulter ist, gehen wir gerade ein. Okay? Also, auch nicht mittig. Weil da wäre es zu wenig. Weil theoretisch kommt so ein Schlag her. Jetzt kommt da ein Schlag auf mich zu. Papp zum Beispiel, den muss ich den Block ganz ausführen, damit der Schlag, was kommt, der Fortskick, auch wirklich trifft. Weil ich mache so, trifft mir den Schlag da. Aber wenn der Schlag da kommt und ich mache so raus, dann blockiere ich ihn mal schon. Und blockieren heißt da nicht komplett blockieren, sondern nur wegleiten. Wie ein Fauststoss. Ich mache nur Papp oder Papp. Ein Wegleiten. Das reicht dann schon. Okay? Bete hinten sind vorne. Einiger Hofer. Dann geht die eine ein und die andere macht was? Zurückziehen. Und zwar gehörig. Zurückziehen nicht vergessen. Immer ganz gerade zurückziehen. Nicht zum Bogen machen. Nicht zum Bogen machen, sondern gerade zurückziehen. Gerade zurückziehen. Nicht bogen. Gerade am Doppock vorbei. Dass ihr ein bisschen den Sound noch macht. Gerade zurück. Und warum gerade zurück? Erstens haben wir eine Gegenbewegung. Weil die Hand ist gleich wie ich richtig mit der Hand. Und falls jemand hinter uns ist, können wir den ganz fest in den Magen oder da, wo es weich wird, in so einer Plexus hauen. Dann machen wir das so. Okay? Und dann kommen beide hin. Gleichzeitig. Das ist auch mal gehört. Gleichzeitig. Ich mache es langsam vor. Hand runter. Machen wir das Thema. Okay? Zwei Kommandos. Und. Hanna. Tull. Hanna. Tull. Hanna. Tull. Jawohl. Weil ihr merkt, ich bin jetzt bei der Stärke. Ziel ist da natürlich, dass ein bisschen Dynamik nicht kommt. Weil, wenn ihr ein Gegner kommt. Ich mache es nur so. Könnte das ja nichts sein. Darum machen wir eine leichte Bewegung hinwärts. Gell. Oberkörper ist immer gerade. Und wir langsam vor. Hanna. Tull. Ich übertriebe jetzt einmal. Hanna. Tull. Hanna. Tull. Hanna. Hanna. Tull. So. So. Und jetzt ist das, was ich meine. Und zwar rein von meinem Schwung, was ich aus der Hüfte auszehelle, sodass der Gürtel erwackelt. Gell. Brue ich nicht mehr viel Kraft. Macht alles der Schwung. Gell. Hanna. Pss. 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 Okay. Machen wir das Thema. Zehn links, zehn rechts. Ein Kommando und Hanna, gleiche Seite, noch einmal, Pull, Hanna, Pull, Hanna, Pull, Hanna, gut, locker, Softstand, einmal, andere Seite, Hanna, Pull, Hanna, Pull, Hanna, Pull, Hanna, Schulter geht gerade ein und die andere Hand macht diesen da. Machen wir es mal langsam, zuerst die Blockhand, Hanna, und dann beide Hände gleichzeitig, Hanna, 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 achten darauf, ist eure Hand gedreht, dass ihr selber watschen könnt, zum Beispiel, Fuß, richtig, Hanna, 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 und jetzt ein bisschen Dynamik, ein bisschen drehen, ich übertriebe, Hanna, 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 Hanna das fest und die möchten aber das nicht hergehen. Der andere Kunde geht zu uns sofort zurück. Und darauf passen, dass wir das nicht so machen. Darum ist Bauchmuskeln und Oberkörper wichtig, bitte trainieren. Machen wir noch zwei. Noch zwei. Lockerlauf. Also nicht vergessen, Arimaki, Tiefblock, Arimaki. Fußholler, Faust, Innenseite, Gesicht und dann gehen wir rein und der Ehlerbogger ist im Bier ein Chaniach. Einer unten macht er Puck. Puck. Was trinken kurz? Einen Schluck. So. Machen wir weiter mit. Was gibt's noch? Möngtung an Maki. Wider die Wörter zählen wir. Möngtung. Anheft in dem Fall von außen nach innen. Maki der Block. Möngtung an Maki. Okay? Zum Beispiel ein Möngtung an Maki. Möngtung an Maki. Möngtung an Maki. Möngtung an Maki. Ein Möngtung an Maki. Möngtung an Maki. Möngtung an Maki. Möngtung an Maki. Die Wörter einfach zehn Stückchen und dann läuft das. Da ist wichtig natürlich, die Maus holen. Blockhand. Geht zurück und geht so weit zurück bis die Schulter einfach sieht, da geht's nicht weiter. Und das ist fertig. Ich muss mich so eindrehen, dass ich zurückkomme. Aber wir sind immer gerade. Wir gehen zurück und da ist fertig. Ist einfach so. Gell? Und dann ist wichtig, dass das Handgelenk immer gerade ist. Am Anfang passiert das oft bei Schlägen, bei Blöcken, dass das Handgelenk so ist. Übertrieben jetzt. Gell? Nicht ganz gerade. Oder überstreckt. Irgendwann merkt ihr, dass es so ist. Das ist gerade. Schau achi. Das ist gerade. Gell? Ausrollen. Gehen wir die Hand weg. Fangen wir Schritt für Schritt an. Gell? Ausrollen. Und jetzt kommt ein Maki. Ich mache nicht so was. Das ist nämlich ein Dungjumuk. Wie ein Schlag. Wir möchten einen Block machen. Das ist gleiche vorhoch. Jetzt kommt zum Beispiel ein Fauststoß. Und der Fauststoß möchte ich blockieren. Und blockieren wir nicht so. So kommt er in mich hin. Ich hau es vom Anderen in mich hin. Aber ich kann gar nicht hin. Und darum blockieren. Von außen nach hinten. Wie ein Halbmond. Gell? Fums. Das ist alles. Gell? Und ich denke, ganz schnell so tief. Sondern einfach hergehen. Das ist Kopfhöhe. Gell? Das andere. Kopfhöhe. Ich schwinge hoch. Und blockiere. Und da ist noch wichtig, wenn wir blockieren, dass wir wirklich bis zur anderen Schulter hergehen. Gell? Gell? Im Prinzip wie vorher. Wenn ich nur bis zur anderen block. Und da kommt ein Schlag auf mich zu. Was passiert denn? Genau. Ich kotz wahrscheinlich. Und darum blockieren wir bis zur anderen Schulter. Weil dann treffen wir den Schlag. Gell? Da. Treffe ich nicht. Aber über die Schulter. Treffe ich. Ok? Jetzt haben wir ein paar sehr viele Grenzen. Gell? Wir haben die erste Grenze. Kopfhöhe. Hinten ist fertig. Dann gehen wir ganz langsam her. Und das haben wir doch. Meine Hand dreht sich. Und die kommt bis zur Schulter her. Gell? Montang. Nicht Olgul. Ist hoch. Montang. Und blockieren tun wir mit der... Das ist einfach. Das ist die Elle. Oder die Speiche. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall die Außenseite von der Hand. Gell? An. Okay? An palmokisch. An palmokisch. Außenseite. Unterarm. Okay? Also nicht da blockieren. Gell? Nicht so. Sondern halbkreis. Fertig. Das ist ja alles. Die andere Hand macht das gleiche wie vorhoch. Nämlich zurückzuhören. Gell? Mein Schatz. Grat. Kein Bogen. Hier geht's. Hier ist ein Kopfhöhe. Handgelenk ist gerade. Da ist fertig. Machen wir's einmal ganz langsam. Die Hand geht zurück. Und die Hand hier macht bis zur Schulter her. Und Schulter hoch am Block. Gell? Bis zur Schulter. Schulter hoch. Mit der anderen Hand sind wir. Mal langsam. Gell? Hört ihr das? Immer einen Halbkreis. Gell? Immer einen schönen Halbkreis. Mit mehr Dynamik. Okay? Übertrieben. Halt aus. Und blockier schön ein. Gell? Übertrieben. Noch locker aus der Hüfte. Gell? Und da noch aufpassen. Was auch oft passiert, ist, dass man versucht, einen Kinghaken zu machen. Gell? So. So viel. Gell? Das ist nicht ganz schlecht. Das ist nur ein Kinghaken. Gell? Kommt erst viel, viel später. Ist kein Block, ist ein Schlag. Darum. Wirklich schön. Von dem Punkt bis zu dem Punkt. Gut. Ehe Linie eingehen. Fertig. Okay? Langsam. Gell? Okay. Almost. Du, wirst du wieder aufpassen. Barat. Und hier. Aus aufpassen. Und hier. Du. 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 Immer kontrollieren, bin ich da wirklich auf Schulterhöhe und die Grenze da. Da gibt es eine Grenze und da gibt es eine Grenze. Das hier ist falsch. Schulter hoch und Schulter breit. Da könnt ihr euch super kontrollieren. Gehen vor den Spergel und machen das einfach. Und schauen, ist die Schulter ein bisschen? Jawohl, egal. Und das Gleiche wie bei allen anderen Techniken, wo unter mindestens 1.000 Wiederholungen, bis es halbwegs im Kopf drin ist. Und ihr nicht mehr überdenken müsst, sondern nur noch handeln müsst. Hier hinaus Automatismus ein. Mindestens 1.000. Okay, an der Seite. Haben wir gemacht. Hier oder hinten. Schauen wir, ob die Hand gleich gerade ist. Ist gerade, ist die Schulter auf den Kopf hoch. Ist auf den Kopf hoch und los. Von da bis hier. Schulterbreit. Ausrollen. Hala. Cool. Jawohl. 2. Ne. Jawohl. Das. Achtend drauf. Ist eure Hand an der Hand. Geht jetzt schon kurz zurück. Hala. Tull. Sein. Warte. Probieren wir jetzt einmal, beide Seiten machen. Okay. Okay. Tschutschum. Machen wir. Diese Hand beginnt. Und Hala. Ausrollen. Tull. Die Hand, die vorne ist, geht vor. Und der, die vorne zurückgekickt hat, kommt offen. Tull. Hala. Tull. Hala. Tull. Hala. Tull. Hala. Tull. Hala. Tull. Probieren wir einmal, den Block ohne die andere Hand zu machen. Einfach so. Und so zu machen. Ihr merkt, es ist ein bisschen schwieriger. Wir wollen einfach, weil der Zug fehlt. Weil einfach der Zug fehlt. Ihr macht nämlich den Schwung zurück. Schwung unter zurück. Bam. Und Hala. Tull. Hala. Tull. Hala. Tull. Hala. Tull. Hala. Tull. Hala. Tull. Hala. Hala. Tull. Hala. Das. Das Trinken noch kurz, ein Schlückchen trinken. Gut, wir machen wieder mit dem dritten Basisblock, Olgul-Maki. Wir machen jetzt einen Tiefblock, einen Tiefblock, einen Tiefblock, einen Tiefblock, einen Tiefblock. Außen nach hinten, Machi der Block. Jetzt gehen wir aufwärts, Olgul-Maki, Abschlüsselbein, aufwärts. Olgul-Maki, geht so. Wir haben den Bein hinten vorne. Und vorher haben wir gelernt, dass der Block von außen kalt wird. Also gehen wir ausserhalb her, Richtung Handlenk. Was mit meiner Hand passiert, ist, dass die dreht sich ein. So wie man Wasser schöpfen mag, rauszuholen. Mit einer Faust. Holen. Dann gehen wir aufwärts und den Ellenbogen führt. So wie man auf die Uhr schauen mag. Hol Wasser, hol, wer spät ist. Was anderes. Hol, hopp. Hol, wer spät ist. Hol, wer spät ist. Und dann, wenn ihr geschaut habt, wer spät ist, geht der Ellenbogen auch schon rauf. Ellenbogen rauf. Wenn ihr eure Augen verdecken möchtet. Achtet auf die Drehung, weil Wasser, wer spät ist. Und wenn ihr da oben seid, machen wir nur noch ein Pack. Aufwärts. Wir sehen, der Ellenbogen blieb fast gleich. Wie ein Scharnier. Aufwärts. Und dann klopfen und drehen mal an die Decke hoch. Okay. Hergehen und an die Decke hochklopfen. Seid ihr das? Das ist alles. Ein kurzer Klopf. Auf die Decke. Und wir merken jetzt, dass sie noch richtig sind. Ganz einfach. Wenn wir den Block gemacht haben. So, wenn ich ganz gerade schaue, sage ich ganz leicht noch meine Finger. Im Finger sage ich einfach. So sage ich nicht mehr. So sei viel zu viel. Da habe ich, ganz genau so mit dem Finger bin ich richtig. Weil, jetzt kommt ein Schlag von oben. Zum Beispiel. Über die Treppe. Mit einem Besmer. Zum Beispiel. Kommt nachher. Und möchte einen Besmer über den Kopf ziehen. Die machen doch diesen Block da. Wenn der jetzt zu weit vorne ist zum Beispiel. Den trifft euch der besser. Ja. Wenn ihr zu weit hinten seid. Den trifft euch der besser. Wenn ihr aber jetzt den Abstand habt. Und dann habt ihr auch so eure Finger. Und das könnt ihr erst dann. Wenn ihr es oft wiederholt habt. Den trifft der besser zum Beispiel euren Kopf nicht mehr. Und er fascht ohne zum Beispiel. Wo er nachher kommt. Und noch wichtig ist. Natürlich. Wenn ihr ihn besser kommt. Besser ist hart. Das hier. Ist auch hart. Aber bricht gleich einmal. Und darum. Tun wir den Block nach. Abweichen. Abschmettern. Abfälschern. Was immer. Erst nennen möchten. Gell. Darum nicht ganz gerade. Weil. Bei ganz gerade. Kommt die ganze Kraft. Papp. Da her. Und zwar 1-2-1. Wenn ich aber relativ schräg bin. Und ich bin relativ schräg. Dann kommt die Kraft her. Und dann wird sie einfach abgefälscht. Gell. Papp. Papp. Natürlich. Schmerzen haben wir. Am Bruch haben wir nicht. Und das geht's. Abweichen. Und dann kann man gleich. Gleich weitermachen. Okay. Block. Das kippt ihr. Bei euch. Und bei mir. Ist mehr wert. Wie der Arm. Und so. Wenn ich es richtig mache. Fälsch ich. Am besten zum Beispiel ab. Der geht ein. Und ich kann sofort weitermachen. Papp. Gell. Okay. Haben wir das Thema. Arme ein. Die Hand bleibt vorerst einmal unten. Offen gehen. Wie auch Wasser trinken. Wie auch Sport ist. Pack. Und dann müssen wir schauen. Seht ihr noch? Ein bisschen Umrisse, wenn ich ganz gerade schaue. Hier gehen. Wie auch Sport ist. Pack. Und dann wäre gut, dass ihr nicht die Robotik weglassen. Oder so. Das ist ein ganz rundes Wort. Ganz rund. Okay. Machen wir es nochmal. Jawohl. Und jetzt kommt die andere Hand dazu. Was macht die andere Hand? Tada. Das gleiche. Wie vorher bin. Arme ein. Machen. Und jetzt macht sie das gleiche. Sie geht wieder gerade zurück. Okay. Aushalten. Wie Sport ist. Und bei dem Pack. Jetzt zurück. Gell. Und da ist auch eine Dynamik wichtig. Nicht gerade stehen. Wenn du stecken. Gell. Gell. Sondern. Wenn die Eindrehen. Gell. Wenn die Fuß rein geht. Dann dreht sich das Klapp automatisch mit. Der schwingt sich mit. Pack. Pack. Jetzt bin ich richtig. Das andere. Ich sag es gerade noch. Da trifft mich nichts. Ein geht jetzt. Boom. Dann haben wir das Zimmer. Langsam. Zuerst zwei Kommandos. Dann ein Kommando. turd. Turd. ta. jetzt ein Kommando. الا. auss golden. 兒. una. Turd. Turd. scholar. υ Strike. bill. An der Hand. Jetzt kommt die andere Hand, dreht sich offen, holt Wasser, wie es spät ist, pack. Auf die Decke klopfen. Ausholen, wie es spät ist. Und dann mache ich nur noch pack. Und dann bin ich schräg, sag gerade meine Finger, perfekt. Bete hinten vor, langsam, Hanna, rauf gehen und dann Tull. Hanna. Und Tull. Ein Kommando. Hanna. Hanna. Und da, nicht vergessen, ein bisschen mitdrehen. Es geht ja schon, dass man den Arm mitnimmt. Hanna. Tull. Hanna. Tull. Hanna. Tull. Jawohl. Es wird schwieriger. Jetzt kommen beide hinten. Fangen wir mit der Hand an. Hanna. Tull. Tull. Das andere hat die Hände und Operations für den Arm. Und Tull. Hanna. Tull. Und da tun sich die Älteren schwer. Probieren Sie mal, Mamanas und Papas, vergiss gleich mit dem Hirnfurz, weil es schwierig ist, logischerweise. Das ist eine Bewegung, die macht man nie. Der Füßt macht mal was anderes. Links macht man dann wie rechts, muss man drehen. Das ist viel zu viel. Daumen, üben, üben, üben. Und wenn es Maman kann, Papa kann, dann können Sie dir vielleicht auch das Kind zeigen. Oder umkehrt, das Kind können es und zeigen es den Älteren. Und das wäre super, wenn die irgendwann mal einfach nur noch das machen müssen. Und ich muss nicht mal überlegen, sondern es kommt einfach wie bei mir. Nicht mal darüber nachdenken, was ich machen muss. Ich spreche einfach. Und das Zeug kommt alles selber. Das wird die Pilatenautobahn in den Kopf. Okay, haben wir noch hin, ein bisschen nach. Ja, einen haben wir noch, aber noch ganz kurz. Weil der erst, eigentlich bei der vierten, kommt er überhaupt vor. Bei der vierten, glaube ich, kommt er vor, ja. Und zwar, auch bei der dritten. Mungtung Backup Maki. Jetzt haben wir gehört, Mungtung, Anmaki, von außen nach innen Maki, gell? Und das kommt von innen, nach außen. Und da wird er. Schulterhöhe, gell? Und auch da, Halli, von außen. Und da hat ich gleich Haus wie bei dem Ölgel Maki. Ölgel Maki. Mungtung Backup Maki. Nur geht der halt. Daher und nicht drauf. Neuer Block. Mungtung Backup Maki. Auch da oder mit ein bisschen drehen. Gell? Und bei jedem Block, auch beim Anmaki, habe ich vorher vergessen zu sagen, ist wichtig, dass wir da wirklich einen schönen Winkel haben. Gut, wie ein 90 Grad Winkel. Okay? Das heißt, nicht so, weil du knapp warst der Brust, das bringt immer nichts. Und das hier bringt auch nichts. Soll ich die Mitte finden und dem passt das. Okay? Kurz Exkurs. Backup Maki. Später kommt dann noch so etwas Lustiges wie ein Chebipum Mokjigi. Okay? Zum Beispiel. Wenn ich einen Schlag haben sollte, blockiere ich da und da habe ich ihn voll in die Halskante. Das ist ein Schwalbenblock zum Beispiel. Da gibt es noch ganz viele andere. Zum Beispiel die Betene, flache Hände. Das ist ein Sonal Backup Maki. Und zwar Kuturo unterstützt. Da gibt es ganz viel noch. Hansonal Mungtung Backup Maki. Ganz fancy. Jedenfalls die Grundlagen haben wir jetzt gemacht. Ihr seht, wir machen ein ganz kurz und ein bisschen ausschütteln. Und dann hoffe ich, dass ihr trainieren könnt, weil die Prüfung naht. Im Moment steht der Termin noch für jeden Tag. Und zwar der 22. Sichtungstraining gibt es immer noch. Das heißt, wenn es eher zwei Wochen vor der Prüfung sollte das Zeug sitzen. Wer es nicht kann, kommt nicht zur Prüfung. Okay? Das heißt, ich bin selber. Davor gehauen, Schreiber, Arif, was ich mache. Kein Thema, gell? Üben, üben, üben. Passt. Das nächste Mal möchte ich machen. Die Blocks in einer Schrittfolge. Okay? Zum Beispiel. Absogi und Aramaki. Gell? Oder zum Beispiel Anmaki mit einem Abkubi. Gell? Oder zum Beispiel Rügelmaki mit Absogi. Also Schrittfolgen mit Blocks. Wird dann schon ein bisschen komplexer, weil die Fußstellungen können wir grundlegend. Wir können jetzt kurz durchgehen. Und die Handbohnen. Und so Handbohnen, das wissen wir noch. Handbohnen ist ein Einschrittkampf. Das geht dann so. Gell? Aushallen. Habs. Gell? Und etc. Das gibt es 15 Stück. Nächstes Mal machen wir einfach mal kurz die Schrittfolge. Gell? Wisst ihr noch? Sehe ihr lagen da, gell? Schritt. Langsam ein Schritt passiert da, gell? Der Schritt macht ihr einfach. Habs. Und so wie ich stand. So stand ja. Bam. Sack. Gell? Und dann parallel. Heerenstau. Weil über Kreuz gehen. Abkommen. Schritt. Blockschlag. Halten. Schlag. Habs. Habs. Wissen wir noch? Schritt. Blockschlag. Halten. Hopp. Ham. Ham. Ist es ein bisschen blöd zum zeigen, wenn man es gar nicht kennt. Weil der andere macht irgendeinen Angriffsschlag, gell? Und den macht man dann die ganzen Blocks. Und haut da. Aber trifft nicht. Okay. Kortexkurs zur nächsten Woche. Beziehungsweise wenn das Training wieder anfängt. Okay. Umdrehen. Schöne machen. Schöne machen. Zeit. Moa Soge nicht vergessen, gell? Die Füße berühren sich. Sie sind zusammen. Kiongni. Was ist das? Kiongni. 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 Kiong. Untertitelung des ZDF, 2020